2000 Jahre ging zur Neige und niemand brachte sie zum Schweigen. Sie geben uns von allem Kunde und läuten auch zur letzten Stunde Glocken von Rom, Glocken von Rom, Glocken von Rom. Sie klingen für ein neues Leben, sind wahr und sind auch gebetet und niemand konnte sie zerstören. Sie waren nicht zu überhören, Glocken von Rom, Glocken von Rom. Wenn die Stunde schlägt, was die Welt bewegt, sie erzählen davon. Doch ist unser Glück nur ein Augenblick für die Glocken von Rom. Viele schlugen laut, andere nur ganz still, viele blieben oft stumm. Doch der Glockenklang hat von Anfang an unser Leben begleitet. An einem Tag noch fern von heute, da werden alle Glocken läuten. Und jeder Ton ist ganz verschieden, doch alle schlagen werden Frieden. Glocken von Rom, Glocken von Rom.